Servus, grüßti und herzlich willkommen in Sky Factory 3 mit mir, dem Walperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und du schaust, was ich so treibe und hast du mich geschubst? Böser Uster. Mit dir habe ich nachher noch was vor. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, ich habe es hier mal meine Chickens. Die sind das auch gleich soweit. Ein 10-10-10 und das ist dann die Mama, die dann, ja, oder der Papa oder was weiß ich. Egal. Ich habe es übrigens auch geschafft, muss ich dir jetzt auch schnell zeigen, dass das Chicken da hinten noch kurz vor sich hin brietet und wir es zusammen dann auf den 10-10-10-Familie bringen. Ich habe es geschafft, den hier zum Stehen zu bringen. Ich will einen kurz auf Schweben machen. Der steht hier hinten. Aus dem einfachen Grund, ja, ich muss es erklären. Also da hinten steht er einmal, wenn der da fröhlich vor sich hin hackelt, dass er zumindest nur hinten noch irgendwas kaputt macht und es von vorne ausschaut wie ein Wald, wenn er nicht abbeitet. Und ja, wie habe ich das geschafft? Ich habe hier noch eine Advanced Detector Rail mit einer Detector Station drunter, wo ich gesagt habe, du kannst bei der Detector Station, die braucht man übrigens so, mal schnell zeigen, da habe ich ewig rumgemacht, jetzt Detector Station, Detektor, jetzt, da haben wir es. Es gibt ja mehrere so Sachen. Also die Station ist dafür da, dass dann das Kart stehen bleibt, wenn irgendwas passiert. Und es gibt dann auch so eine Redstone Unit, die hängt da direkt runter. Zeige ich auch kurz. Hier hängt die und die wird dann von ihm hier bedüdelt. Ihn kennen wir ja, Detector, der sagt ja einfach, wenn du 3000 hast, gib ein Redstone Signal raus. Der hier sagt, über einen Flow habe ich das gesagt, hier Redstone Input, kein Redstone Input heißt, das Ding da oben soll arbeiten. So, genau. Man hätte es wahrscheinlich auch andersrum machen können. Redstone Input soll er arbeiten, hätte man den anderen Detector umstellen müssen, aber ja, so hat das alles mehr Sinn. Und er hier oben, der Detector Station sagt nur, ups, guck nach unten. Was macht ihr unten? Also hier kann man sagen, unten. Genau, man könnte hier auch noch Ends und Ohrs und keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht mehr zu sehr beschäftigt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist ein ziemliches Geschiss, auf gut Deutsch, weil das hier ist ja eigentlich diese Redstone Detector Unit. Das da. Detector Redstone Unit. Schaut ja auch so aus. Du siehst aber oben, da steht Detector Manager. Und das Lustige ist, wenn ich ihn abbaue, ist es ein Detector Manager. Ich glaube, ich habe hier sogar noch welche drin oder habe ich den zwischen alle weggeworfen? Habe ich weggeworfen? Ich hatte, glaube ich, bis ich das beieinander gehabt habe, zehn Detector Managers. Aber ja, genug Ressourcen da gehabt, um es wieder Zeit nachzukraften. Also das ist, aber so funktioniert es jetzt. Es bleibt ja da einfach stehen, weil das System sagt, bleib stehen. Ich habe auch alles andere ausprobiert, so nach dem Motto, wenn du voll bist, ich habe die Cargo Station volllaufen lassen und dann ihn hier volllaufen lassen. Störe dich nicht, der fährt immer munter weiter und so. Und das hat gestört und deswegen so ist es jetzt, wie es sein soll. Gott sei Dank. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen plausibel erklärt. Wenn nicht, dann gerne auch in den Kommentaren nochmal nachfragen. Kann ich gerne nochmal genauer machen, wenn es ist. Weil da war ich eine gute Zeit beschäftigt damit. Halt! Gleich ein paar mehr mitnehmen hier. So, Hühnchen! Knochenhühnchen! Hallo, Hühnchen! Geh du mal auf die Seite hier, wusste dich brauche ich gerade noch nicht. Wir wollen jetzt die zwei noch mal kurz miteinander poppen lassen. Äh, Liebe machen lassen, was auch immer die Hühnchen da so machen. Es ploppt ein kleines raus. Sie ploppen. Du bist ein 10, 10, 10, du bist ein 10, 10, 10. Hervorragend. Und du musst leider gehen. Wie ist das denn, Hühnchen? Entschuldigung, aber... Weißt schon, wie es ist, ne? So, und jetzt schauen wir mal. Der Rooster, den kann man hier Getreidesaat gut rein tun und dann macht er irgendwas. Ich habe noch keine Ahnung was. Ja, ja. Ist gut, du. So, der hat es hier aufgefüllt und getutschelt jetzt hier die hier. Ich hoffe, dass der jetzt die einfach mal vermehrt. Ich hoffe, der macht das. Ich habe das noch nie ausprobiert. Noch nie. Aber der hat doch gerade irgendwas verbraucht hier. Ach, guck. Noch ein Hühnchen. Noch ein 10, 10, 10. Ach, cool. Der macht hier mit den Großen rum. Ach, cool. Jetzt ist dann hier diese Cooldown gleich vorbei und dann kommt er wieder und macht noch eins. Ungefähr soll ich mir das vorgestellt. Sehr gut, Gockel. Du bist ein Guter. Das hat er wieder gemacht. Na, und dann kommt er und dann gibt es gleich das dritte Hühnchen. Und noch ein 10, 10, 10. Jawohl. Also, Knochenmehlproduktion. Voll am Laufen. Das heißt, wir bauen jetzt mal so ein paar Nestingpans. Ich habe dem System beigebracht, wie man das macht. Und da hätte ich gerne 10 Stück. Ja, 10 Stück. Und was brauchen wir? 2. Wie? 1. Wie? Vielleicht sollten auch 5 reichen, aber ich hätte eigentlich gerne 10 gehabt. Also wirklich ein Riesending. Missing 1. Ja, komm, die Farm hinten arbeitet doch. Langsam. Es hat es abgebaut. Gut, dann ist der ganze Weizen erstmal weg. Egal. Knochenmehl ist wichtiger. Weizen wächst nach. So, Nesting Pants. Jetzt gib mir mal zehn Stück davon und Abmarsch. So, da kommen die. Die bauen wir da hinten hin, wo unsere Generatoren gerade am Laufen sind oder wir bauen neuen Schwung Generatoren. Das könnte ich auch machen. Sollen die da hinten das Zombiefleisch wegmampfen? Ach, ich habe dich nicht geschützt gehabt, gell? Ja, wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen, dass der Weizen da wieder reingeht. Ich denke schon. Ich sollte sperren. 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 Ah, blöd, gell, wenn man es nicht klein macht. Wart mal. Bonemeal. So. Das bringt zu nichts. So, vielleicht ich bin er. Ups. Entschuldigung. Äh. Okay. Wo immer der. Ah, verdammt ich. So, du bist Weizen. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo immer das herkommt. Ich weiß, wo es herkommt. Hinten aus den anderen Kisten. So, sperren wir dich mal. So, was haben wir hier? Weizen. Passt. Oh Mann. Glück gehabt. Gut. Hätten wir das. So, jetzt bauen wir ein paar andere Generatoren. Noch ein paar mehr, die mit Knochenmehl arbeiten. Wir haben ja so viel Bones. So, gibt es drei. Das will ich nicht. Das ist Verschwendung. Wir machen das anders. Pass auf, jetzt gehen wir erst mal in den Keller runter. Dann gehen wir erst mal in den Keller. Dann sagen wir erst mal Andest Generatoren. Andest. Entschuldigung. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ah. So, okay. Dann brauchen wir Furnace Generatoren. Dazu brauchen wir Furnaces. Furnaces können wir aber bauen, oder? Furnaces. Können wir schon mal bauen. Machen wir mal zehn Stück. Ich will zehn so Generatoren hinstellen. Ja. Will ich. Zehn. Passt. Dann gibt es den Andest. Das Coole ist ja, dass wir bis hinten auf die Farm zugreifen können. So. Zehn. Hä? Ach. Komm. Zehn Stück. Sehr schön. Es ist die Frage, wo stellen wir das hin? Die da hinten sollen von der Farm betrieben bleiben. Und zwar sollen die eigentlich in der Hauptsache hier das Rotten Flash rausnehmen. Während wir die Knochen anders machen. Wo machen wir denn das Knochengedöns? Weißt was? Da unten haben wir doch einen Haufen Platz. Eigentlich. Da stört es niemanden. Ich brauche da noch eine Säckmüll. Oh ja. Ups. Eins zu weit. Sorry. Kann ich denn die Säckmüll schon? Hey. Cool. Ich kann die Säckmüll schon bauen. Dann gib mir mal eine Säckmüll. Und dann gib mir mal einen Octadig. Da haben wir doch aus der Loot Farm einen Haufen bekommen. Da machen wir das nämlich schnell. Und dann gehen wir heute noch ins Bineth, glaube ich. Könnte sein, dass es schon fertig ist. Ich wollte es unten hinbauen. Warum eigentlich? Weil ich es kann. Genau. Okay. Säckmüll. Ähm. M.M. Der Wolle wieder total unvorbereitet. Fällt ihm irgendwas ein. Macht das dann. Und ja. Pass auf. Da brauchen wir einen Exporter. Einer hätte eigentlich gereicht. Ein Exporter. Der Knochen exportiert. Jo. Äh. Weg mit dem Ding hier. Gib mir mal einen Knochen. So. Du exportierst Knochen für mich. Und zwar. Immer. Genau. Immer. Ist das Ausschlaggebende hier. Dann du da rein. Ähm. Strom. Ähm. Pluck. Das ist doch der Pluck. Oder? Nein. Dann ist es der andere Knödel. Wie heißt er denn? Flux. Einen Flux Point. Ich brauche mal kurz einen Flux Point. Hier hin. Gibt es das Dusch? Ähm. Ja. Habe ich. Jetzt aber habe ich. Oder? Ja. Okay. Der kriegt Strom. Sehr gut. Dann brauche ich Konduits. 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 Die Generatoren. Und dann brauche ich hier noch die Energy Konduits. Und dann sollte das passen. Jetzt habe ich zehn Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hm. Machen wir. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ups. Fünf. Da oben drauf. Und die sollen alle mit dem. Ach nee halt. Obwohl. Warte mal. Knochenmehl. Genau. Muss ich ja noch. Muss ich ja noch anders machen. Ein bisschen anders. Ich mache das jetzt. Wieder weg. Ja. Blöd. Blöd. Ich weiß. Aber ich brauche dann Crafter davor. Ich brauche den Crafter. Den Packager ist eigentlich noch besser. Crafter. Ne. So ein Auto Packager ist noch besser. So ein Pack. Packager. Der hier. Eins. Zwei. Drei. Pisten. Kriegen wir hin. Ach so. Aber nicht hier. Lass mich hoch da. Okay. Also. Auto Packager. Und in der Mitte fehlt ein Crafting Table. Alles klar. Also. Crafting Table. Einen. Und zwei Pisten. Drei Pisten. Ah ja. Sehr schön. So. Dann haben wir dich. Du kommst mit das Sackmill. Und dann habe ich noch den anderen Exporter. Habe ich auch noch sehr gut. Runter mit uns. Und dann kommt die Sackmill nämlich hier hin. Und da der Packager. Dann kommen hier die Stromleitungen. Weißt was? Das System betreibt man jetzt von sich aus. Weißt wie ich meine? Kriegt Initialzündung. Und dann soll er laufen. Wie viel cooler oder? Dazu brauche ich aber noch so ein Sendeviech. Den Flux. Plug. Genau. Kriege ich den noch hin? Knapp. Aber jetzt. Den Plug brauchen wir noch. Komm, wir gehen da runter. Den Plug. Den Plug mal mal da hin. So. So schaut doch das hübsch aus einigermaßen. Schaut komisch aus. Aber hm. Okay. Bonemeal. Nichts anderes ist das hier. So. Du kriegst. Nein du kriegst nicht. Du hast schon Strom. Du brauchst Strom. Da sagen wir wir exportieren. Ähm. Wir pushen da rüber. Dann holen wir uns den Importer wieder. Soll ich den zweiten tatsächlich weg? Oder ich Hirsch. Und da gibt es auch einen Importer. Importer. Nein. Exporter brauche ich. Exporter. Und dann brauche ich nochmal. Bone. Und zwar einmal. Dich. Dich. Und dich. Dich. Dann sollte es funktionieren und die hier nehmen wir mit. Da machen wir unseren Initialstrom. um. So. Komm. Wir starten hier schon mal die erste Reihe an. Das war nichts. Hm. Ja super. Ja super. Ich bin doch manchmal echt ein Held oder? Ja la la la. So. Weg. 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 Bist du jetzt runtergefallen? Müssen wir das Ganze noch aus dem hier verteilen. Und dann in die Teile. Und da machen wir das mit den Conduits. Für was haben wir sie denn? Da. 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 Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Da. Da. Und. 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 Reicht nicht. Konduitskraft mir doch nochmal ein paar bitte. Jo. Alles da. Passt. Wunderbar. So. Und hier hin. Äh. Hallo. Hier hin. Haben wir es jetzt auch richtig gemacht? Schauen wir mal schnell. Ich hätte gerne. Das sind die Stromleitungen. Na nun kann ich hier nicht auf die normalen. Hm. Das sind die Stromleitungen. Da sind sie. Okay. Passt. Alle angeschlossen. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Dann stellen wir es ein. So. Insert. Insert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Welche Arbeit. Insert. 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 Hier auch inserten. Meine Herren du. Und hier rein. Und da rein. Und das haben wir dann nämlich eine richtig coole. Coole Dings. So. Und du extractst. Bitte. Ähm. Hallo. Wieso gehst du da nicht hin? Äh. Nano. Jetzt habe ich den Dings weggemacht. Okay. Den Strom. Fifi. Äh. Das ist doch. Blödsinn. Huch. Das wollte ich nicht. Der ist da unten noch gar nicht verbunden. Warum denn nicht? Jetzt ist er da verbunden. Okay. Und das müsste ich doch hier. Wieso geht denn da eigentlich, wenn ich da drauf gehe? Kannst du nur über eine Kiste oder was? Ach, du kannst nur auf die Seite raus, ne? Ah. Ja. Der kann ja wieder nur. Ah. Das ist doch wieder. Blödsinnig hier alles. Meine Herren du. Da willst du es kompakt bauen und dann. Äh. Ja. 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 Weg. Weg. Komm. Weg und weg. Und wegen kompakt bauen. Da müssen wir die Segment doch ganz hier anschließen. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber der Packager kann ja nur von der einen Seite rein und auf die andere raus. Ich hoffe, das steht es so rum richtig. Mal schnell gucken. Mal kurz spicken gehen. Ja. Das Ding muss auf der Seite. Das ist auch vorne schon. Das passt. Okay. Das passt. Dann brauchen wir halt hier. Brauchen wir das echte? Ne. Schmarrn brauchen wir nicht. Da können wir. Nein. Der will das da nicht anschließen. Der braucht echt ein Dings dazu. Okay. Oder kriege ich dich dazu, dass du dich da anschließt? Ich glaube ja nicht. Kannst du mir nicht vorstellen. Ne. Schau. Macht er nicht. Okay. Äh. Kiste. Dann brauchen wir hier eine Kiste. Hilft ja nix. Eine Chest. Please. Wir haben sogar noch welche. So habe ich jetzt wieder Chests. Und dann geht es halt hier rein. Meine Herren. Du knatschiges Ding. Du Wahnsinn. Ist nicht schön, wenn sowas passiert. Aber Gott. Was soll's. So. Aber jetzt geht's. Okay. Und von da extrakten wir immer. da rein. Strom haben wir auch überall dran. Das heißt, die Kisten sollten laufen. Dann kommen unsere Konduits wieder oben drauf. Äh. Was das Coole ist. Äh. Dass das wahrscheinlich nicht zählt. Werden wir gleich sehen. So. Hier bitte Knochen. Dann müssen wir dich hier noch wieder. Sagen wir mal lieber von oben auch. Dass wir von oben was reinkriegen. Weiß es ja immer nicht. Wenn ich jetzt dann Knochen reinstopfe. Reicht der natürlich noch nicht. Nein. So. Und das ist zwar hier irgendwie am System angeschlossen. Aber irgendwie gilt das nicht. Wenn das über den Refines. Reborn Storage geht. Das muss tatsächlich hier am Kabel dran sein. Das ist manchmal etwas komisch. Aber ähm. Das ist halt. Eigentlich sollten die zwei ja exakt super geil zusammenarbeiten. Aber manchmal mögen sie halt nicht. Es ist halt so. Mein Gott. Jetzt das. So. Du läufst. Und ja. Da ist der erste auch angesprochen. Schau. Funktioniert. Und das machen wir aber noch eins. Du hier. ist ein Round Robin. Das heißt. Alle werden befeuert. Jawohl. Jawohl. Alle werden befeuert. Und da läuft das Bone Mehl rein. So. Und jetzt gucken wir mal. Bone. Okay. Da haben wir nicht mehr viel. Und die anderen habe ich alle rausgeholt. Gut. Dann sorgen wir dafür. Jetzt hier. Sofort. Wie viele Hühner haben wir? Ach du Schande. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Hallo. Nur sieben. Äh. Ja. Hier. Gocke. Nimm noch zwei. Machen noch zwei Hühner glücklich. Komm. Ich will zehn davon auf jeden Fall. Und dann stellen wir die irgendwo hin. Wo sie es hübsch haben. Hallo. Ich könnte es auch zu dir stellen. Ja. Bist du nicht so einsam. Hm. Ach. Können wir mal kurz hier vorbeigucken. Wenn wir gerade da sind. Wir haben genug Quadruple. Cool. Okay. Dann äh. Lass uns schnell das andere Pferd nicht machen. Komm. Die. 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 Die Hühner. Die stellen wir da her. Was soll es denn? Und die schließen wir dann direkt. Nicht da an. Wir müssen uns über das System leiten. Das hilft ja. Das heißt nichts. So. Ich habe aber keine Ahnung. Das sind Produktionshühner. Das sind ja eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Da stellen wir die hin. Dann haben wir nicht mehr genug Conduits. Dann brauchen wir dann nochmal ein paar. Sind nicht wie bei armen Leuten hier. Mach hin. Reicht mir erstmal. So. Und System haben wir doch hier irgendwo einen Zugriff. Ja. Von oben. Naja. Okay. Das da unten ist ja das Ding wo überhaupt nicht schön sein muss. Haben wir mal beschlossen so oder? Haben wir das? Ich schon. Ja. Was haben wir hier eigentlich? Was habe ich denn da hängen gemacht? Ach. Ein Basic-Trauer der das Zeug auffängt. Mit Void. Ja. Könnten wir eigentlich da unten auch machen. gell? Stell. Oh da. Ja. Ich hänge. Ich hänge. Stell mal doch da. Schau mal. Es laufen alle. Cool. Das funktioniert. Ast rein. Und der da hinten. Der macht die Zombies nieder. He he. Er hat die Monster-Farm hier. Oh. Schau mal. Der läuft aber ganz schön weg. Okay. Pass auf. Dann jetzt ganz schnell und zügig. Ich brauche ein Drauer. Und zwar so ein 2x2. Einen reicht mir. Der macht gleich 4. Habe ich das 4 Rezept drin? Okay. Upgrade. Einmal Void. Das kann man sogar. Cool. Das habe ich so drin. Das ist. Gefällt mir. Und einmal. Den großen hier. Ja. Hilft ja nix. Und dann einen Storage. Bus. Heißt das hier so? Nein. Hier ist External Storage. Der Storage Bus ist von ME System. Ja. Ich verwechsel die beiden immer irgendwie ein bisschen. Ich spiele mit beiden. Aber verwechsel es die Namen ab und an. Was soll es denn? Nicht so schlimm. Plack. So. Nachdem da eigentlich nichts Ungebetenes reinkommen kann. Können wir es auch so machen. Dann stellen wir die hier mal auf Always Active alle. Und dann holen wir unsere Hühnchen. Was dann hoffentlich 10 sind. Wow. Dann ist die Folge eh schon gleich wieder rum. Sehe ich gerade. Aber das muss schon mal sein so. So. Schau her. Na ja. Dann. Schnell noch den Storage Passt da oben drauf geknödelt. Knödel. Und. Ich wollte gerade sagen. Haben doch sicher noch ein Kabel irgendwo. Nehmen wir vielleicht auch das Richtige. Zap. Ja. Okay. Also schön ist anders. Ich gebe es ja zu. So. Hier kriegst du dein Baummil. So. Schauen wir mal. Ah. Ich will fliegen. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay. Äh. Macht nix. Es wird schwierig. Die alle zu transportieren. Auf den Schlag geht eh nichts. Ich habe nur zwei Lassos. Ja. Weg damit. Weg damit. Ein Lassos. Zwei Lassos. Ähm. Halt. Halt. Da. Schnapp. Schnapp. Und schnapp. Und dann können wir nämlich hier. Das ist es dann wie gesagt ja auch meine Aufzuchtstation. Für die ganzen Hühner. Ähm. Da. Nein. Nein. Ich rette dich. Ich rette dich. Ich habe es doch gesagt. Ich rette dich. Oh Gott. Wie habe ich denn das andere da reingebracht? Ach. Mit dem Netz da. Oder? Da gibt es so ein Netz. Animal Net. Genau. Klang. 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 Ach man. Da musst du hier wieder mit 1000 Tricks arbeiten. retten. So. Ihr zwei hier füllen. So. Dann holen wir die anderen auch noch. Ich habe meinen Hund gerettet. Habt ihr das gesehen? Ich habe meinen Hund gerettet. Ich bin ja kein Unmensch. Ich mag ja meine Hühner. Nehmen wir auch gleich mit hier. Hey. Cool. Und irgendwann, irgendwann, in ferner, ferner Zukunft, wenn keiner mehr dran denkt und ich wahrscheinlich auch schon längst nicht mehr dran denke, baue ich die Base schön. Ja. So. Ja cool, ein Ei hätten wir schon. Ey, jetzt soll es hier bauen mir liegen. Da haben wir erst eins drin. Kinders. So, jetzt haben wir 26 drin. Ja, ja. Und dann haben wir sausen. Und eins. Und zwei. Und drei. Jetzt guckt er ganz traurig, der arme Koppel. Ich muss dir wieder eins geben, gell? Wir haben eins zu wenig. Oh, wir haben viel zu wenig. Okay. Eins. Eins, zwei, drei Bräuner. Alles klar. Dann machen wir doch das. Oh. Eins, zwei. Müsst du eigentlich reichen. So, hier. Goppel. 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 Da kriegst du zwei. Da sollten hier zwei Hühner rauskommen, hoffe ich. Sehr schön. Und wenn die so groß sind, dann haben wir auch eine relativ sehr geringe Grawling-Cooldown. Das heißt, Balz ist dann da, ich fülle die dann da unten noch auf, das mache ich jetzt dann zwischen dir und der nächsten Folge, weil die Folge ist schon wieder rum. Und dann gehen wir in die nächste Folge in Spinez, oder? Next Drop drei Minuten, sieben Minuten, ob die zehn reichen, sollten eigentlich. Da ist schon alles dazukommen, oder? Ich nehme jetzt mal alles raus hier und tue es mal da rein. Im Endeffekt müssen wir ihm hier dann eine Prio geben, dass der, ja, nehmen wir mal eine Prio 10. Was kommt da noch raus? Was kommt da noch raus? Federn kommen raus, bei den Knochenhühnern kommen keine Federn raus, oder? Und das ist Chicken Manner. Genau, Federn, Eier, ach und ihre normalen Eier und die anderen Knochen, Huhn, Eier, Bone, White, Chicken, Egg. Okay, das ist eh schon das. Es ist die Frage, ich will ihn noch nicht sperren. Ganz einfach, weil ich noch nicht genau weiß, was da rauskommt. Lassen wir es erst mal so. Prio setzen wir nachher hoch, dass das direkt da reingeht. Genau, machen wir es so. Drei Hühnerbräu noch. Und nächste Folge gehen wir in Spinez. Da muss man zwar noch eine super coole Picke bauen, das habe ich schon mal vorbereitet. Also hier die, ähm, die, 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 die Casts. Sonst noch nichts. Ich habe mir auch noch nicht überlegt, aus welchem Material. Da werden wir es sehen, werden wir es sehen in der nächsten Folge. Aber schau mal. Das wird auch immer mehr da. Ich glaube, das hauen wir nieder demnächst. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Genau. Weil brauchen tue ich die nicht. Ich spitze auf eine ganz andere Rüstung. Genau, und da müssen wir uns auch noch um die Pflanzen kümmern. Aber erst mal gehen wir in Spinez. Mal ein bisschen Abenteuer erleben zwischendurch. Hallo? Der kann, der kann. Was ist mit dir? Hä? Es sind es zu wenig. Kann ich ja die zwei auch selber. Schau mal. Lieber Gockel. Brauche ich dich nicht. Kling, kling. Schmusi, schmusi. Hühnchen. Du kommst mit. Und du kommst mit. Und du wächst noch. Dann haben wir hier unsere Stromversorgung auf Knochenmehlbasis gleich geschafft. Hehe, ich bin happy. Und sollten die Jungs nicht reichen. Oder die Mädels. Oder wer auch immer. Aber mein Gott, da kann man noch eine Batterie hinsetzen, oder? So ist es ja nicht. Hauptsache die hier rennen. Oh, schau mal. 64, 64. Ja, klar. Jetzt läuft die Kiste voll. Kompressed Bone Blocks. Der soll doch keine Kompressed Bone Blocks machen. Wie kommt er denn auf das? Wie macht man denn die jetzt mit? Oh Gott. Wie kommt er denn auf das schmale Brett? Wie schafft er denn das? Ich sag hier. Die Knoah, Redstone. Du sollst hier Bone Meal da rein exportieren. Und du. Knochen. Wie kommt denn. Wie kriegt denn der Knochen? Ach Gott. Nicht lustig. Nein. Wie kommt denn der auf Knochen? Wo kriegt denn der die Knochen her? Das dürfen wir doch gar nicht sein. Ha. Ist ja komisch, oder? Current Mode 2, 2, dann 3, 3. Ja. Nein, schon. Das finde ich etwas sehr strange hier, dass er das macht. Ganz ehrlich. Ja, das soll er nicht machen. Da muss ich nochmal gucken. Wo habe ich das Papier wieder hier? Achso, und das wollte ich ja noch einsetzen da hinten. Gell? So, es ist alles da, was wir brauchen. Beut und zapp. Feder. Passt. Es sperren wir ihn zu. Da ist er. Jetzt sperren wir den noch schnell zu. Dann kriegst du hier eine Prio von 2 meinetwegen. Und dass er hier Kompress-Bone-Blocks macht, das verstehe ich nicht. Das muss ich mir nochmal gründen gehen, wie das passieren kann. Aber eigentlich dürfen wir das nicht machen. Oder ist das... Ja, eigentlich... Ne. Da gibt es ja auch keine Verbindung darüber. Hm. Aber er macht es trotzdem immer wieder. Oder komm, hier auf den Knochen schneiden Knochen raus. Ab und an mal. Ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Mal schnell gucken. Ja, ich weiß, ich wollte die Folge beenden. Aber das ist jetzt doch noch interessant kurz, oder? Komm, Bone, das geht alles schneller. Bone Meal. Seck Müll. Nö. Also da kommen schon mal keine Knochen raus bei. Okay. Ist auch die einzige Möglichkeit, wie man sie hier... Genau. Ja, und das halt hier eben. Das machen wir ja gerade, ne? Hehe. Okay. Ja. Dann keine Ahnung, wie der jetzt auf die Idee kommt, dass er hier die Knochen reintun muss. Auf jeden Fall... Ja. Kommen hier immer wieder mal so komische Compressed Bones Blocks an und die müssen wieder weg. Das ist komisch. Aber irgendwann haben wir ja keine Bones mehr und dann, naja, werden weniger. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir Bones von sonst irgendwas noch? Ach du, wenn es ist, wenn es Spawner... Ne, Rf2 Spawner brauche ich nicht. Das Tracture Dimlet. Ach du, wenn es ist, dann kann man immer wieder machen. Genau. Außerdem sammeln wir hier noch ein paar auf Reserve. Warum auch immer. Und irgendwann, wenn die Knochen durchradiert sind, dann sollten eigentlich nur noch die Bones hier rausgehen. Da haben wir auch schon ein Stack drin. Ihr seid schnell, ihr Hühner. Okay. Ja gut, ich hole das letzte Huhn noch. Ich verabschiebe mich schon mal von dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen. Wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir da mal ein paar interessantere Abenteuer erleben, indem wir ins Beneth gehen, weil ich ein paar Blöcke haben mag, weil ich den Void Miner bauen will und da wird es sicher ganz lustig werden, da unten drin. Und genau, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao und Servus.